NRW Benio Gottverfluchte Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Hallo? Hallo? Ja? Alles in Ordnung bei dir? Ja. Was machen? Äh, wir sollen aus Wellington raus hier. W-Warum? Weil der Announcement war. Wer sagt? Wer ist? Nein, Mann, das Gesetz. Wer ist das Gesetz, diese? Zeig mir den, Mann. Das heißt, ich... Ich hab eben einfach nur die Bildung bekommen, Mann. Ich mach den kaputt, der ist immer kaputt. Ich hab da nicht. Ich... Nühühühüh. Esel. Hallo? Hallo, Esel. Hallo? Esel. Komm, reiten. Komm. Esel, komm, reit mal. Hoppa. Hipp. Weiß ich nicht. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Sir. Hallo? Ich brauch Pferd. Hallo? Sie braucht Kleidung. Nein, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist gut. Hier laufen Kinder rum, Sir. Okay, dann nix gut. Gehen Sie mal das Anziehen. Brasse runter. Hinten das große Haus. Steigen Sie das dem Herrn. Jawohl, Sir. Kommen Sie mit, Sir. Okay. Äh, es ist mit diesen Dings... Äh, scheiße. Nix. Geht Sie gut, Sir? Gut. Perfekt. Kommen Sie hier rein. Die Shane war richtig, oder? Oder die schon? Ich hab's schon wieder vergessen. Die Shane, ich war richtig. Hör, er hat das Stopp. Doch, bis noch... Leute, Leute. Hallo! Wo kriege ich denn eine Esel her? Wo sie einen Esel herkriegen. Wenn sie doch reingehen und den Stallburschen mal fragen, ob der einen Esel für sie übrig hat. Ich danke Ihnen, der Herr. Bitte schön, Sir. Verrückt, Herr Dingswissenschaftler. 160. 160. Hallo? Wo ist der verfluchte Stall? Das sehe ich nicht. Äh, okay. Äh, Stallbeister, ich kann irgendwie meine Kutsche nicht rausholen lassen. Ähm, okay. Wissen Sie da was? Äh, schauen Sie mal. Was ist denn, Junge? Wer ist denn? Schallburschen hier. Ja, habe ich schon. Ey, Kleiner! Ja? Wo kriege ich denn hier einen Esel her? Ähm, ich weiß nicht. Ich geh mal kurz nicht runterpennen. Ähm, wie, du weißt nicht? Ja, ich weiß nicht, wo so einen Esel herbekommen ist. Wo soll ich das wissen? Ich haus den Esel eintreiben, oder was? Ja, tatsächlich, von deiner Größe siehst du aus, als ob du die... Äh, von deiner Größe siehst du auch dumm aus. Ey, Stallmeister. Machst du hier die Eseläpfel weg eigentlich? Ja, ich mach dir gleich einen Äpfel gegen deinen Kopf. Na ja, wild, Mann. Aufpassen, ja? Na ja, passt du mal lieber auf, mein Freund. Du bist mir zu klein für Ärger. Ja, und du bist mir zu doof für Ärger. Aufpassen, mein Junge. Sonst gehst du ins Kinderheim. Als Maul. Blöder Bastard. Stallmeister. Da waren zwei Pferde, ja? Äh, war das gleich sie hier? Ja, ja, Moment. Dann ist es aber nicht 260, sondern 210. Junge! Dein Vater ruft nach dir! Wer zum Teufel schreit hier wegen dem Esel rum? Ich! Ja, das war's, glaube ich. Sie wollen, Sie wollen. Da kann ich ja viel rumkern, ja? Ich will einen Esel, ja. Gut, fangen Sie seinen Rauschen. Du hast doch nicht selber, Arschloch! Was haben Sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich muss sagen, du hast nicht selber. Sie können gerne selber hinfahren, jetzt gehen Sie. Da, da kann man ja ruhig rumkern. Ich hab's nicht verstanden, ja? Ich hab's nicht verstanden. Ja, okay. Sofort Freunde gemacht hier. Ich hab's drauf. Ja, dann will ich dann haben. Ich hab's nicht verstanden. Das ist relativ schnell. Ich glaub, das ist sogar schneller als der Mustang. Ja, ich hab momentan Mustang. Also... Mustang ist auch... Eigentlich auch relativ gutes Pferd. Ich kenn die Stimme. Aber hat... Ja, relativ sagen Sie ja schon. Ist mehr ausdauernd als... ...schnell. Wie gesagt, ähm... Ich kann ihn gleich... Oh... Die Stimme triggert mich jetzt schon, Junge. Hallo, der Herr. Ich weiß, dass ich beim Wüchsen nachher auch den Angel kauft, richtig? Das weiß ich nicht, Sir. Hallo, guten Tag. Tag. Howdy. Gesundheit. Wie viele haben Sie denn? Normann braucht es ja. Nein, dann äh... Kommen Sie mal mit. Wir reden mal mit Dr. Church. Aha. Tag zusammen. Tag die Damen. Tag die Herren. Hallo. Guten Tag. Ciao, Chemin. Oh. Ja, gib hier. Gib hier. Richtig so. Ja, hoch hier oben. Ja, weg mit ihm. Ja, weg. Erst kommt sie hier aus. Jetzt kriegt sie schlecker. Reizt sie meine Reflexe nicht aus. Sie wissen, dass ich stark bin. Arme hoch. Arme hoch. Ach, Gott. Es war ruhig. Das heißt, es war noch wieder. Ja, ja. Ich bin nicht gewohnt. Seit einer Woche redet sie schlecht über euch. Seit einer Woche. Ihr hättet Junge auch nicht. Seit einer Woche ist sie frech. Oh mein Gott. Die verletzt die Leute und dann behandelt sie sie. Nein. Die Leute testen nur meine Reaktion. Ja, äh, ja. So, äh, Dolly. Vielleicht gehst du mal. Trist. Trist. Ja, danke. Hehehe. Ich dachte, ich bin so stolz hier drin. Das dachte, ich bin so lebe, 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 lebe. So. Das ist mein Haus hierbei. Wie ist das? Das ist das Katzen. Ja, das sehen wir hier gleich. Hallo, der Herr. Hallo. Hier wäre das, hier wäre das, äh, Prachtexemplar. Gibt die schöne Farbe. Ja, ich bin sehr, sehr stolz auf die Farbe, die ich gefunden habe. Ja, ist schon ein bisschen kleiner als meins. Ja, das nur Kota ist, wie gesagt, jetzt, ich vergleiche es ein bisschen mit einem Mustang tatsächlich, ähm, aber wie gesagt, wenn Sie möchten, setzen Sie sich drauf und reiten Sie eine Runde. Nö, mach ich. Nö, mach ich. Oh, ja, bleiben Sie ruhig. Entschuldigung, bitte, der Herr. Dann werde ich aggressiv, wenn jemand ein Pferd reiten will. Ja, dann sind Sie, glaube ich, hier falsch am Platz. Ja. Gentlemen, was ist hier, ist hier alles in Ordnung? Alles, Entschuldigung, das, das führt mir auch alles, alles, alles gut. Der Herr, entschuldigen Sie bitte. Ich kann schon helfen. Ich brauche ein, ich brauche ein Lasso, können Sie mir vielleicht einen stellen? Sehe ich aus wie die Bank? Tatsächlich ein bisschen schon, ja. Ach, ich sehe aus wie die Bank. Ist das so? Okay, ja, so vom Näheren eher nicht so. Der Herr. Nächstes Mal, ja? Was ist denn mit Ihnen? Nächstes Mal, ja? Nächstes Mal, ja? Nächstes Mal, ja? Auhu! So, jetzt lassen Sie mit Ihnen. So, Dreckskerl. Da ist nicht so frech immer. Jetzt kommen Sie hoch. Verdammt, was machen Sie da? Was zum Teufel ist hier los? Der hat die Ehre meiner Frau angegriffen. Haben Sie gerade den Sheriff? Wollen Sie mich verdammt nochmal verarschen? Sheriff? Haben Sie gerade den Sheriff niedergeschlagen? Geht es Ihnen gut, verdammt? Sheriff, stehen Sie auf. So schlimm war es doch gar nicht. Sie, verdammte Hurenbock, lassen Sie mich aufstehen. Kommen Sie hoch. Helfen Sie mal hoch, verdammt. Kommen Sie her. Dann kommen wir hoch. Lassen Sie mich los, um Gottes Willen. Sheriff, geht Sie gut auf. Scheiße, Sie sehen gar nicht gut auf, Sheriff. Das wollte ich nicht. Gott, verdammte Hurenbock, lassen Sie ihn bitte runter. Ich danke Ihnen, Sir. Gentleman, ich danke Ihnen. So, du verdammter Hurenbock. Oh, erkennen Sie meine Mutter. Sheriff, Sie haben doch das hier im Ganzen provoziert. Sheriff, Sie haben das hier im Ganzen provoziert. Wenn ich, wenn ich hier Fragen stelle, oder Ihnen was sage, dann haben Sie nicht frech zu werden. Sheriff, kommen Sie. Okay, halten Sie Ihre Fresse. Sheriff, ich bitte Sie. Seien Sie ehrlich, haben auf jeden Fall gut einen kassiert. Für so einen Sheriff haben Sie eine schwache Linke, sage ich Ihnen ehrlich. Das liegt im Auge des Betrachters. Sheriff, kommen Sie, lassen Sie gut sein. Ein Mann muss doch mal verlieren können. Es geht mir nicht um die Schlägerei, es geht mir um Ihren großen Ton, wissen Sie. Sheriff, Sie haben mich als Hurenbock detailliert. Ja, nachdem Sie mich geschlagen haben. Natürlich, ich habe mich so gewährt. Sheriff, Sie haben ein bisschen Dreck im Gesicht noch. Ja. Ja, lassen Sie mich frei, ist so gut. Ja, aber ich muss mir erst mal ein bisschen Proviant kaufen. Essen und trinken. Guck mal, er hat auch ein Ding per Loser. Da ist ein bisschen in die Hose gegangen, jeder. Zappeln Sie nicht so rum. Boah, ey. Ich kann so viel... Ich muss noch nie. Ah, Sie kommen jetzt mit. Was haben Sie gemacht, Herr? Er hat mir auf die Schnauze gehauen, ne? Und war frech. Sehr gut. Sheriff, kommen Sie, lassen Sie mich raus. Hören Sie die Fresse, sonst wird es länger. Aua. Schnauze. Machen Sie keine Dummheit. Machen Sie keine Dummheit. Wo sind die alten Zeiten hin, wo ein Sheriff nochmal auf die Fresse gekriegt hat und dazu gestanden hat? Hm? Sheriff, Mops. Ja. Sheriff. Ihre alten Zeiten können Sie sich sonst wo hinstecken, ja? Sie bleiben jetzt bis Einbruch der Nacht hier drinnen. Was für ein Einbruch der Nacht? Sheriff, ich habe noch was vor. Ist mir scheißegal. Ich muss mich noch mit Ihrer Schwester treffen. Wollen Sie... Wollen Sie... Mh? Mh? Ja. Höre ich da noch etwas? Haben Sie immer noch was vor? Nein, nein. Ich habe frei. Gut. Und das nächste Mal, wenn ein Sheriff, ein Deputy mit Ihnen redet, ja? Dann sind Sie nicht so ein großes Mundwerk. Ich wusste, ich konnte Sie nicht einschätzen. Sie waren so hässlich. Fragen Sie mal bitte nach, ob er genügend zu essen und zu trinken hat. Nein, mir geht es echt nicht gut. Das Einzige, was gut ist, der Sheriff hat zugeschlagen wie eine Frau. Haben Sie genug essen und trinken? Ja, mir geht es gut. Ich habe tatsächlich gar nichts dabei, aber es reicht. Gut. Willst du ein Bruch der Nacht? Wann wird der Nacht? Wie viel haben wir überhaupt? Beste LP-Tag wieder. Wann